Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Hörbuchvorstellung. Wir hören Richard David Precht von der Pflicht, eine Betrachtung. Es liest der Autor selbst. Den Inhalt und noch mehr Hörbuchinfos findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's auch schon los. Wer sich von mutmaßlichen Faschisten umzingelt sieht, braucht sich nicht zu fragen, ob die eigene Moral und das Empathievermögen in einem guten Zustand sind. Auch nicht, ob die vermeintlichen Faschisten letztlich nur dafür herhalten sollen, die eigene Empflichtung zu rechtfertigen, die ursprünglich vermutlich ganz andere Motive hat als die Angst vor dem Faschismus. Besonders verängstigt wirken die meisten Menschen auf Corona-Demonstrationen jedenfalls nicht. Moralische Selbstgerechtigkeit ist dabei selbstverständlich kein ganz neues Phänomen. Und doch, so scheint es, glauben Menschen in der westlichen Welt das, was sie heute glauben, anders als früher. Man übernimmt weniger komplette Glaubenssysteme wie etwa die christliche Religion, den Konservativismus, den Liberalismus oder den Marxismus. Vielmehr ist man Heimwerker des Glaubens geworden. Das gleiche gilt für die Moral. Was Faschismus sein soll, gerät zur Privatinterpretation. Mit einer solchen Baumarktmoral ausgestattet, bestehend aus einer völlig inkonsistenten Do-it-yourself-Weltanschauung, lässt es sich prima Halte in der Welt finden. My Belief ist ebenso individuell wie My Müsli. Letzte Evidenz für absolute Wahrheit ist die Authentizität, mit der sie gefühlt wird. Und so können Althippies gemeinsam mit Nazis skandieren. Und Menschen, die sich als Hüter der in der Verfassung garantierten Grundwerte missverstehen, umarmen Reichsbürger, die genau diese Verfassung verachten und abschaffen wollen. Es ist eine Stärke liberal-demokratischer Gesellschaften, dass sie eine Vielzahl von Gründen moralisch billigen können, ohne dadurch in ihren Fundamenten zu wanken. Wo viel Freiheit ist, ist, wie Friedrich Schiller sagt, auch viel Irrtum. Und trotz der Verantwortungslosigkeit, die darin liegt, die Gesundheit anderer Menschen zu gefährden, tritt der Staat dem Protest gegen seine Maßnahmen im Vergleich zu früheren Situationen vergleichsweise gelassen entgegen. Der bisher einmalige Einsatz von Wasserwerfern ist gerade zu verhalten im Vergleich zu deren massenhaften Einsatz auf Anti-Atomkraft-Demos oder beim Kampf um die Startbahn West in Frankfurt. Anders als bei den Protesten der 70er und 80er Jahre setzt der Staat in der Covid-19-Pandemie auf die Zustimmung der breiten Mehrheit. Und er kann notgedrungen damit leben, dass eine empörte Minderheit einen gewissen Raum an Narrenfreiheit und in der medialen Berichterstattung ausfüllt. Die große Mehrheit dagegen verfügt in der Krise über hinreichend Urteilskraft, nicht nur viele Regeln und Maßnahmen nachzuvollziehen, sondern auch die Situation der Ungewissheit zu reflektieren, in der sie, wie richtig oder falsch im Zeitplan und im Detail sei dahingestellt, getroffen werden müssen. Politiker können sich der Einsichtsfähigkeit der meisten Bürger sicher sein, bezeichnenderweise nicht nur in Deutschland, sondern in nahezu allen Staaten, nicht nur der westlichen Welt. Gleichwohl tut man gut daran, den erstaunlichen Trotz und die Aggression einer lauten Minderheit gegen den demokratischen Fürsorge- und Vorsorgestaat nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Wenn sich Menschen in Deutschland schon gegen Abstandsregeln und ein Stückchen Stoff im Gesicht wütend empören, wie werden sie erst dann reagieren, wenn der Kampf gegen die drohende globale Klimakatastrophe den Bürgern massivere Einschränkungen und Verhaltensänderungen abnötigt? Je zögerlicher diese Mammutaufgabe derzeit angegangen wird, umso dramatischer die Lage und umso größere Herausforderungen kommen in der Zukunft auf jeden Einzelnen in Deutschland und anderswo zu. All das gibt viel Anlass, nicht nur über persönliches Moralbefinden, sondern auch über die generelle Haltung der Bürger gegenüber ihrem Staat zu reflektieren. Vertrauen und Misstrauen trafen bereits in der sogenannten Flüchtlingskrise hart aufeinander. Und Misstrauen und Generalverdacht gegen den Staat werden nicht ausgeräumt sein, wenn nach der Covid-19-Pandemie alle Grundrechte uneingeschränkt wieder ausgeübt werden können. Denn Abwehrreflex, Rebellionsbedürfnis und vor allem die Entsolidarisierung, wie wir sie bei Corona erleben, sind nicht an bestimmte Ereignisse und Phänomene gebunden, sondern mutmaßlich Ausdruck eines befremdlichen Verhältnisses nicht weniger Menschen zum Thema Rechte und Pflichten. Ihnen sei zunächst erklärt, was auf Corona-Demos und in manchen Echokammern des Internets völlig unbekannt zu sein scheint, nämlich inwiefern der moderne, liberal-demokratische Staat nicht nur das Recht hat, Regeln und Maßnahmen zum Schutz von Millionen Schwacher und Gefährdeter zu verordnen, sondern die Pflicht. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr das Hörbuch bereits gehört habt, dann schreibt doch einen ehrlichen Kommentar. Das ungekürzte Hörbuch hat eine Laufzeit von 3 Stunden und 6 Minuten. Das Hörbuch ist am 29. März 2021 bei der Hörverlage erschienen. Hier rechts findet ihr wie immer eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert. Vermeert.